Monika und Uwe haben von der Thüringer Tischkultur im Saaleland gelesen. Die Thüringer Tischkultur ist mehr als der vollendet gedeckte Tisch. Sie steht für eine herzliche Einladung, die Thüringer Gastlichkeit mit all ihren Facetten zu erleben. Und im Saaleland gibt es noch vieles zu entdecken. Das romantische Saaletal, Wandergebiete in idyllischen Mühlentälern und knorrigen Weinbergen, zahlreiche kulturelle Veranstaltungen und traditionelle Feste. Die beiden buchen gleich eine Genussreise zur Thüringer Tischkultur in Saaleland. Während eines Besuchs bei Bauer Lutz erfahren sie, wo all die leckeren Produkte vom Frühstück in ihrer gemütlichen Pension herkommen. Und im Hofladen gleich nebenan kann man diese sowie zahlreiche weitere leckere Produkte aus dem Saaleland sogar kaufen. Bauer Lutz empfiehlt Monika und Uwe am nächsten Tag, die Porzellanstadt Kala und die Leuchtenburg mit ihren Porzellanwelten zu besuchen. Monika und Uwe sind begeistert. Hier erfahren sie von der Porzellantradition Thüringens und wo das schöne Porzellan herkommt, auf dem sie am Abend zuvor den köstlichen einheimischen Wildbraten mit Thüringer Klößen genossen haben. In der Töpferstadt Bürgel finden sie die traditionelle blau-weiße Keramik, wo sie eine schöne Tasse Kaffee und den Thüringer Blechkuchen genießen, bevor sie den Töpfern in den kleinen Werkstätten über die Schulter schauen. Monika nimmt gleich Andenken für ihre Familie mit. Bei einem schönen Glas Wein aus regionalem Anbau lassen die beiden ein erlebnisreiches und genussvolles Wochenende ausklingen. Wie schön ist es doch in Thüringen! Zum Thüringer Porzellantag und zum Töpfermarkt in Bürgel wollen Sie unbedingt mit Ihren Freunden wiederkommen. Fühlen auch Sie sich herzlich eingeladen zur Thüringer Tischkultur